Dieses zu erwerbende vollständig renovierte 6 Zimmer Einfamilienhaus liegt im Kreis Kusel. Das im Jahr 1978 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller und einen Außenparkplatz. Es hat fünf Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 632 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 161 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 180.000 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.